50 Meter hier, der Tiergerade, und der Bahn ist jetzt super nehmlich. 8,640, dort habe ich die Flamme vorne im Motorraum gesehen. Ja, hier Günther hat sich mit der 624 wirklich noch nicht an sein Fahrzeug gewöhnt, aber es scheint auch hinten ein Aufregungsproblem zu geben. Zwei Runden noch, der eine Runde noch. Letzte Runde für Rainer Volk. Marco Selle aus Gapsen mit der 624, Urschachmann, Uweinbänden. Hier ist der Günther. Schauen Sie sich auch mal die Lippposition vom Günther an. Mit der Täule sehe ich da gerade, und das macht man natürlich auch. Das ist ja erlaubt, das ist ein super Thronwagen. So, wie sieht dann der Schwicht da aus? Rainer Volk hat sich ein bisschen freigeschwommen. Die letzten Meter, das ist nicht mehr so. Okay, hier dann zum Regenführer, Rainer Volk. Zweiter Marco Selle aus Gapsen. Das ist ein schönes Auto, nicht nur der erste oder dritte, sondern auch der zweite. Das werden wir noch viel von sehen. Wir werden noch viel Freude daran haben an den zweiten, oder überhaupt an dieser Klasse. So, der Günther als vierter im Ziel. Und dieser Zieleinlauf gilt ja dann als Startaufstellung, den zweiten Ort. Jetzt schauen Sie sich mal die 640 an. Ich hoffe, dass das dann nichts mehr zu sehen ist, höre ich gerade. Gut, das wäre natürlich der beste Fall. Äh, ja.